Aber es gibt jetzt einen anderen Eck, der jetzt eine gewisse Stunde hat. Ja, und zwar Emanuel Burger. Wegen ihm sind wir heute unter anderem auch hier. Wie Sie ja alle wissen, ist Emanuel Burger Designer aus Leidenschaft. Und wir sehen auch heute eine Modenschau von ihm. Die Choreografie ist von Markus Aschauer. Und das Spannende ist ja, Emanuel hat im Alter von 13 Jahren eine erste Modenschau organisiert. Ich frage mich nur, was haben Sie mit 13 Jahren gemacht? Ich weiß nicht, ich war am Spielplatz. Aber Emanuel hat da schon Mode gemacht. Und er ist 25 Jahre jung und ist ganz groß im Kommen. Und ich finde, da ist er schon da. Ja, und wir sehen jetzt einen wahnsinnig schönen Modenschau mit den neuesten Trends von ihm. Und gestylt wurden die Models von DM-Presseure. Und ich würde mal sagen, wir schauen uns mal diese fulminante Modenschau an. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Oh, Lord, I've been waiting for this moment all my life, oh, Lord, can you feel it coming in the air tonight, oh, Lord, oh, Lord, well, if you told me you were drowning, I would not look down here, I've seen your face before my dream, but I don't know if you know I'm going, I was there when I saw what you did, I saw you in my own two eyes, so you can bite both that grin, and the way you've been, it's all been a pack of lies, I can feel it coming in the air tonight, oh, Lord, I've been waiting for this moment for all my life, oh, Lord, Can you feel it coming in the air tonight, oh, Lord, oh, Lord, oh, Lord, oh, Lord, I can feel it coming in the air tonight, oh, Lord, 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 oh, Lord Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020